Und auf einer schönen Map hier, das gefällt mir doch wunderbar. So Twitch, Triad Modus, danke. Ne, ne, ich bleib bis zum Ende, ja Serien gleich ist hier Ende. Voll geladen, Alter. Da ist hier Ende. Da ist hier Schicht im Schein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Alter. Oh, IQ Mania. Ist da denn eh abonnt immer im Kanal? Nein, hier wird nix abonniert. Meine 2K hab ich ja eh schon geknackt heute. Ah ja, GG Junge. Ja gut, 1,5K Bolleg Army. Ach guck mal, kann der sein Toaster mal kurbeln, ey. Verdammte Scheiße, Mann. Ich droht heute richtig gut zu launen. Ja, heute wird geraged, Alter. Aber wirklich. Lass kein Fenster mit Schrei raus, wenn ich sterbe. Alter, was geht heute mit dir? Deine arme Nachbarschaft. Diese Season fackt mich ab, Operation Health, Junge, Operation am Arsch. Der ist halt echt so. Vielleicht mal ein bisschen Logo vom Arsch machen, Alter. Du wirkst leicht überhitzt. Ne, bin ich nicht. Überhitze nie. Nein. Absolut nicht. Nein. Nein. Ähm. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ich hab keine Miese Laune, Leute. Ich hab keine Miese Laune, Leute. Nur, wenn meine KD runter geht, ne. Weil die ist Operation Huren, sorry. Für den Ausdruck in Operation Scheiße. Nicht hier vernünftig funktioniert und nur Tryhard unterwegs sind. Nix wird gefixt, nix. Einer piekt Hauer aus. Lachen nach. Ja. Ja. Ach ja, die Salzhutbande. Ja. 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 Ich hab die Fenster. Hab sie. Danke dir. Ey, der ist schon aber drüber, ne? Oder? Heute eher nicht so. Ja, komm, ja moin, Alter. Ja. 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 Ich hab einfach voll out draufgeredrippt und irgendwie nur ein bisschen angedüttelt. Ja. Easy. Danke. Eine Glasknarre ist irgendwie unspielbar geworden. Also so rein von dem, was sie trifft so ein bisschen manchmal. Ich hab manchmal das Gefühl, du bist mit dem Aim perfekt drauf und kein Schuss connected irgendwie. Keine Ahnung. Na ja, nur auf 5 Meter ist das halt noch schwieriger. Das Problem ist ja halt bekannt, dass seit diesem Scope Update manche Schüsse halt nicht registrieren, ne. Also richtig Point Blank Range, ganz in die Brust jagen. Kirschweißer Operator gesnackt ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle Jäger ist frei né? Jäger ist frei ne? Jäger ist frei ne? Wadawadawadawadawadawadawadawadawada na gut dass ich schon was sagen ne? auch deinen level nur seid ihr frack operator nix anderes Kassel Operator ja ich will jetzt aber auch hier fracks machen und weil wir wäden tauchte ja dann mach auch fracks also frage ich jetzt auch mal meine frack operator du bist richtig auf Fraggl alter jetzt hau rein das level ist X da Leute rede mal ein richtiges mikrofon Boah, halt jetzt die Klappe, gell? Hashtag salziges Mikrofon In den Chat Ihr lieben Saun, da finde ich zu schauern Du wolltest doch auch Strui in High-Quality hören Das kann nur einer Sponsor oder Multagenda sein Ja komm, fang an zu streamen, da gibt's ein paar Donations, die faule Ratte Nix faule, Alter, warm Ich bin nicht immer nur Trommel, ich bin morgens bezahlen Wird ab Warm, warm, warm Witzig angestellt Oh shit, boah, ich hätte Impacts mitnehmen sollen Ja, hättest du Aus dem Weg, ich hab Oh, der Strui, der rasiert hier Oh, 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 oh Kommt gar nix Garage Ist das Struhut Main Door Lade nach Wenn du in dieser Zelle bleibst, wirst du von Feinden entdeckt Dein Standort ist gefährdet Ich setze den Sensor ein Vorsicht, das Struiker, da ist einer Wo? Checker, er handelt nicht Main Door Hey komm, gib mich, lade nach Wir wollen ja auch Wollt grad sagen, wollen die auch mal mitspielen hier, oder? Ja Wird ausgedronet vom Masterbed? Ui Fuckboy Vom Masterbedroom, Fenster Ja Jackal ist oben Attic, glaube Armory hallway und Attic einer Achtung, weg der Bolleck Mhm Mh 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 Da ist jemand Den Pulsspieler, man kennt ihn Ich lade nach und brauche Senkung Hm Kennst du auch, ne? Ja Sag ich doch Armory Oder Garage Wie nervt mich der Jackal Oh, lol Warte, wir sind noch zu dritt Malta Wahrscheinlich schon am Dach alle Naja, es ist schon viel verlaufen Ui, die schließen da rein, Vorsicht Mach's entspannt Äh, ich sicher Ruhe bitte Ruhe Fenster 10 Sekunden Die Gegner sichern den Wettbewerb Sie haben ihre Versuchungen Behalter sich Beide sein drücken Hab einen Injured Seht doch nicht Ach, den Arm restert Bunkbets, 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 Bunkbets Strui Letzter Bunkbets Injured Wortsmal rechts durchschielt versteckte Wand bei den Bunkbets Was? Nein! Mann, wieso hat der sich denn da rein geraubt? Hm, dass er ihn noch nicht greift, Alter ... Bullshit, schon wieder Bullshit, Mann Und er rafft nicht mal, dass ich injured bin, Alter, gegen welche Leute Ach, ja Ihr müsst halt auch ein Rotation Hall machen zwischen, äh Hier Dings und Dings Und Dings und Dings Jo, klingt auf jeden Fall gut Das Dings hab ich halt verkackt, weil ich hatte keine Kontext dabei Warum auch immer Oh Mann, ey Aber Hauptsache, ich geb ihm Headshot und er kann mich noch entjuren, dieser Pisser, ey Ah, drei Pinks über 100, äh, läuft Würde ich mal sagen, ne? Den Standort des Bio-Befahrgut-Gehälters finden Kann man sich so auf jeden Fall mal zu Gemüte führen Um Um Sehr schön, der Bio-Befahrgut-Befahrgut wurde lokalisiert Ein Smog, ein Frost, alle in der Nähe Hätte ich echt mich da auf dem Scheißdach holen können, die war genauso dunkel wie der Scheißhintergrund, ey Ich mag Licht stören, stelle ich hier 10 Sekunden, ich bin da wieder Gut, guck mal, schon wieder Nacht, ne? Ja, den ganzen Tag, den ganzen Du kannst, weiß nicht, du musst wahrscheinlich morgens um 10 spielen, damit du eine Tagkarte kriegst Hm, vielleicht Fühlt sich aber auch richtig komisch an, auf einer Nachtkarte zu zocken, weil Es fühlt sich einfach nicht flüssig an, Mom Es wird meistens nicht flüssig Wir haben eine Cam rausgeworfen Hm Ich würde auch gerne mal wissen, wohin, aber Das ist immer interessant, wie wir versuchen Armory mitzuhalten Warte mal Alternatrun Aufsache, dass ich raus raus bin Aufsache, dass ich raus raus bin Da ist Oma auf, Seiko Seiko, nachladen Seiko, was in der Camp? Ja Ja, warte Guck mal, wie viel Hardwire da liegt Guck mal, wie viel Hardwire da liegt Ja, Moment Bis oben ist Barboy auf jeden Fall Oh, come on Mira beim Maserwett schon Findegun Findegun, so gut Findegun Ach, kann mal unten, unten Halt einfach die Engel unten An dem Wind Die rein hinter der Bakratzer oder was? Masterwett sitzt einer links im Raum Ja Tower, Tower, Tower Weck dir Tower Weck dir Tower Boah, der hat mich durch seinen eigenen Smoke nicht gesehen, Alter Ja, Mann Alter Valkyrie ist in kleinen Tower Äh, äh, da Da, da, on ping, on ping, on ping Dankeschön Nice Ja, wie ein KD und so, ne? Ist die oben über das Dach geflitzt? Wie kam sie so schnell wieder zum Spot? Weiß der Smoke? Ne, die Valkyrie, die war vorher noch bei der Tower Valkyrie war unten, ja Hab ich unten erwischt Ah, jo Ah, jo Bei Mystizism Jetzt soll aber langsam mal hier nen Kill rausholen, ne? So geht's ja hier nicht weiter So, wir gehen unten hin, Leute Also ich hab, äh, Kontaktgranaten, falls jemand braucht Ich lass mich wiederholen und krieg keinen Kill, falls ihr mich nicht braucht Macht einfach mal richtig so assige Moves, wir spielen das sowieso nur Secure Area Und zwar, Frost, Schild, ganz viel Bar Boyer, ganz ganz viel Bar Boyer Einfach auf Zeitspielen Ganz ganz viel Bar Boyer Ganz ganz viel Bar Boyer Ja, ganz ganz viel Ja, die Strattern halten Haben wir den Pumpkin? Einfach abfackern, Leute Stroh, das kennen wir aber Ja, ich hab mir das, ich hab mich angepasst, Mann Oh Mann Oh Mann Ist halt echt so Alle anderen machen's auch Muss halt auch so, wie gewonnen wird gespielen Scheinbar muss das ja klappen Wo darf ich denn, wenn ich die in der Wand rum hab? Und wo darf ich aufmachen? Ja, einfach Ganz hinten auf Ganz hinten aufmachen Ich bin hier unten Ich bin hier unten Ich bin hier unten Ich bin hier unten So viel jetzt hier gar niemand Nehmen wir wohl Behältst du die Wand hoch? Vielleicht hält noch einer hier wieder Die Wand wurde befestigt Ach scheiße, hier hätten wir noch in der Wand gebraucht Hat noch eine, eine Gleich zurück Wo? Omen an der Treppe Omen an der Treppe einfach An der Treppe, ja Sind alle von der Construction Site am Tower Alle Danke, Psycho Jo, gerne Oben ist äh Im großen Tower Jekyll Mega lit Störsender gestartet Störsender gestartet Eine Armour fehlt noch Eine Armour fehlt noch Ich setze Stacheldraht ein Haben wir noch ein bisschen Boutwire für die SC? Jo Jekyll spottet mich schon wieder, alter Alter Alter, alle Camstormen Was sagen die um eine fleißige Twitch? Ja Mein Dropper ist immer noch elektrifiziert Das ist schon mal in Ordnung Jo Jetzt hat der Dropper geht Okay Fetch tot Dropper wird wohl aufgehen Hetch Ist nur noch der Thermite dran Ja Machen Hetch auf Psycho bleibt einfach irgendwo in der Ecke Haken Dormand verletzt Dormand verletzt Dormand verletzt Dormand verletzt Classroom, Classroom auch noch Wechsle das Magazin Wir wollen dich haben, Stracker Ist das in der Main Hall, Tim? Westens? Weiß nicht, sehe nix Ich weiß nicht, was ich weiß Also wenn da oben ein Hau kommt, Stracker Jo Soweit kannst du eigentlich vorgehen, bis das ist der Äh, Dropper geht auf Ich muss haben uns das ja mit aufgehoben, ja Hast du noch C4? Ja Mach immer den Dropper auf good, Jekyll huntet mich wieder Kommt hoch, die kommt hoch, der kommt hoch, ist der es. Nice. Ich will mein Teil überleben. Jetzt. Ich will mein 50%. Ist der es wahrscheinlich. Das ist noch am rechts, ja. Schön. Oh, nice. Soll wieder da hängen. Boah, Alter. New boy. Sehr gut, Striker, sehr gut. Jede Runde entscheidet, ey. Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Ja, aber weißt du, seit wann das ist? Das ist seit der Pro League Season. Äh, seit der Pro League Final. Seitdem die da auf Konsulat Jackal gespielt haben. Das ist so nervig, ey. Es ist einfach übel, wie sich alles nach der Pro League richtet, ey. Oh, ja. Glaub ich, war die Runde schon wieder dreimal oder so trackt insgesamt miteinander. Ey, Bollick? Ja? Hast du die Hedge eigentlich vom Klassenzimmer aus mit der Batterie... ...gerohmt einfach? Oder wie hast du das gemacht? Jupp. Ja, du kannst, da gibt es so einen Trick jetzt, da kannst du die Wand auch noch hochziehen zwischen, ne? Genau. Hab ich ein bisschen freigeschossen vom Klassenzimmer aus, die Batterie dran, so weit weg wie möglich halt, dann von der Lobbyseite, also Jobseite, hab ich dann die Wand hochgezogen, dadurch bleibt die Batterie ganz, dann den Raum ein bisschen mit Stacheldraht, damit die da nicht sofort reinlaufen. Ja. Aber die Thatcher-Nate war halt ein bisschen Overkill. Aber sonst, wenn halt so eine unachtsame Hibana ist, weißt du, die ruppen die Fronttür auf und schießen die erste Ladung blind da drauf und die verbrutzelt dann. Und dann, ja, geht schon mal eine Hedge weniger auf. So. Na, ist der gar? Die sind drin, ne? Immerhin wir. Oder wo sind sie? Ne, ich hab Küche, äh, Küchevorbereitung. Küche! Oha! Ne. Ist das sowas wie Herstück, die haben Mew schon aufgegeben, oder? Ne, die haben Mew. Und Mira. Oh boy. Nein, hätten wir die Cam geklaut. Ich. Ich muss doch auch plötzlich vier vorrücken. Wow, ey, lass ich nicht mal einen Kill holen, ist echt, äh, traurig. Halt nie um, halt nie um. Ja, oben ist auch was drin. Fenster beim Main-Schlachtzimmer ist offen. Auf, 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 auf! Flieger. Ja, ich hätte Flieger. Nach oben lang. Geht schon angehettet, an der Tür. Flieger. Ich bin leer! Ich mach auf. Flieger, du kannst vor. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ah, Mira-Windows, fickt euch ins Knie, ey. Gehen Behälter sichern. Oben, Step. Da der Smoke. Sicherung, die Traum ist einstellen. Mira rechts, genau, ja. Oben sieht frei aus. Wir haben nur durchgehuscht erstmal. Sprengladung ist einsatzbereit. Mira steht halt an ihren Fenstern, definitiv. Jawoll. Mira an den Doppelfenstern. Ja. Kitchensalining. Jawoll. Oh, nice, man. Stroh, du Fiesling, ey. Oh, lol. Der ist geklaut. Nee, nee. Oh, sorry. Zugesockt. Nee, guck mal, scoreboard. Danke. Ach so, oh. Sauber. Bring'em auf. Ja, psycho, ne? Läuft bei uns. Ja. Ey, ich hätte auch echt. Normalerweise zocke ich die Map so gerne, aber... Nix hinbekommen. Egal. Erster Win in der Runde. Nee. Der 1-Rank-Spieler. Gibt's solche Runden? Ich verspreche euch, nächste Runde schaffe ich einen Kill. Ich try das jetzt die ganze Zeit durch. Das doch. Alles gleich hin.